Ein HR-Spezialist in meinem Team ist jemand, der sich mit Mitarbeiterbetreuung beschäftigt. Bei TNS ist es so, dass viele Ingenieure, unsere Mitarbeiter, beim Kunden vor Ort arbeiten und da geht es dann darum, mit denen Kontakt zu pflegen, Jahresgespräche zu führen, Karriereplanung aufzubauen und Schulungen zu organisieren, aber auch Team-Events. Also Talent Acquisition Business Partner oder TABP, das ist also sozusagen der erste Ansprechpartner für die Manager hier im Unternehmen, was den Bereich Antworten und Reagieren auf akute Businessbedarfe betrifft. Und unsere Aufgabe oder je nachdem deine Aufgabe als Talent Acquisition Business Partner wäre eben, gemeinsam mit dem Management an Lösungen zu arbeiten, sprich konkret, was das Recruiting betrifft, dann eben auch Kandidaten zum Beispiel durch Active Sourcing zu entdecken und die Kandidaten dann auch anzusprechen über die verschiedenen Recruiting-Kanäle. Man muss vor allen Dingen Spaß an der Arbeit haben. Also es geht wirklich darum, sich mit Mitarbeitern auseinanderzusetzen, mit den Themen, die sie haben, sich zu befassen und dann die auch zu bearbeiten. Wir haben Mitarbeiter, die sich sehr schnell weiterentwickeln wollen. Da geht es natürlich dann darum, auch mit den Managern Kontakt aufzunehmen, um zu schauen, wie man die dann auch weiterentwickeln kann. Also entweder das Projekt zu wechseln oder dann auch, wie gesagt, die Schulungen einzuleiten, damit der Mitarbeiter sich weiter im Unternehmen wohlfühlt. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr abwechslungsreich. Also manchmal hat man das Gefühl, dass der Tag wirklich im Handumdrehen vergeht. Es gibt immer Aufgaben, die man sich auch selbst definieren kann. Das schätze ich sehr. Ich bin jemand, der gerne auch Freiraum hat, eine gewisse Kreativität, die er mit reinbringen kann. Natürlich, wie es natürlich auch im Sales-Bereich ist, gibt es klare Ziele. Aber mir gefällt es besonders, dass ich eben den Freiraum habe, selbst zu gestalten, auf welche Art und Weise ich diese Ziele erreiche. Es ist genau das, was ich machen wollte, weil ich habe ja schon erwähnt, dass ich ganz gerne in einem multikulturellen Umfeld gerne arbeiten wollte, auch mit Fremdsprachen. Und da habe ich absolut die Gelegenheit bei T&R Ziel das zu tun. Ich hatte den Spaß an der Arbeit schon erwähnt, das ist ganz klar. Was aber auch ganz wichtig ist, ist, dass man neugierig ist und immer den Wunsch hat, sich selbst zu verbessern. Unbedingt brauchen wir neue Kollegen. Es ist wunderbar, einfach in diesem international dynamischen Arbeitsumgebung hier zu arbeiten. Und wie gesagt, es ist einfach wunderbar, weil es jeden Tag neue Herausforderungen gibt und wir einfach ein ganz tolles Team sind, das auch gerne Verstärkung haben möchte. Man soll auf alle Fälle bei TNS arbeiten, wegen der super Stimmung, die wir auch im HR-Team haben. Also, come and join the band.